Hey, willkommen zu einem neuen Video! Bei tausenden von Zoos weltweit, in denen Millionen von Tieren gepflegt werden, ist es überraschend, dass es einige Tiere gibt, die du nie in einem Zoo finden wirst. Diese Tiere sind oft zu gefährlich, schwer unterzubringen oder ihre natürlichen Lebensräume können nicht genau nachgebildet werden. Heute zeigen wir dir 20 Tiere, denen du in Zoos nicht begegnen wirst. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch! Nummer 20 Die Saola, auch asiatisches Einhorn genannt, ist ein unglaublich seltenes und schwer fassbares Tier, das in den Anamitenbergen in Vietnam und Laos lebt. Mit einer geschätzten Population von weniger als 100 Tieren ist es eines der am meisten gefährdeten großen Säugetiere der Welt. Die Saola hat ein unverwechselbares Aussehen mit langen, sanft gebogenen Hörnern und einem auffälligen Muster aus weißen Markierungen im Gesicht. Sowohl Männchen als auch Weibchen haben zwei Parallele, lange, gerade und scharfe Hörner, die bis zu 50 Zentimeter lang und damit doppelt so groß wie ihr Kopf werden können. Sie haben seidiges, kurzes, kastanienbraunes Haar mit weißen Abzeichen über den Augen, in der Nähe der Nase und entlang der Kieferlinie. Es wird angenommen, dass die Saola im Allgemeinen ein Einzelgängerleben führen, obwohl auch kleine Gruppen von zwei oder drei Tieren beobachtet wurden. Der Grund dafür, dass die Saola nicht in Zoos gehalten wird, ist ihre extreme Seltenheit und die Schwierigkeit, sie zu fangen und es ist wenig darüber bekannt, wie sie in Gefangenschaft gepflegt werden müsste. Außerdem haben alle bisherigen Versuche, Saolas in Gefangenschaft zu halten, zu ihrem schnellen Tod geführt, was ethische Bedenken aufwirft und die Risiken erhöht. Nummer 19 Der Ili Pika ist ein seltenes und vom Aussterben bedrohtes Säugetier, das an den felsigen Hängen des Tian Shan Gebirges im Nordwesten Chinas lebt, genauer gesagt in der Provinz Xinjiang. Es ist ein kleines Säugetier, etwa 20 Zentimeter lang, mit einem Teddybär-ähnlichen Gesicht, großen Ohren und kurzem grauem Fell mit braunen Flecken. Obwohl er einem Kurzohrkaninchen ähnelt, gehört er eigentlich zur Familie der Pikas, die eng mit Kaninchen und Hasen verwandt sind. Ili Pikas kommen in großen Höhen vor, typischerweise zwischen 2800 und 4100 Metern im Tian Shan Gebirge. Sie leben an leicht geneigten hohen Felswänden oder Klippen mit Löchern oder Spalten, die ihnen als Unterschlupf dienen. Der Ili Pika wird auf der roten Liste der bedrohten Arten der IUCN als stark gefährdet eingestuft. Seine Population ist rückläufig und wird durch den Verlust von Lebensraum, den Klimawandel und fehlende Schutzmaßnahmen bedroht. Die genaue Populationsgröße ist unbekannt, wird aber auf weniger als 1000 Individuen geschätzt. Du wirst dieses Tier nicht in Zoos finden, weil es eine extrem seltene und gefährdete Art ist, die sehr empfindlich auf Umweltveränderungen reagiert. Außerdem ist nur wenig über ihr Verhalten und ihre Bedürfnisse bekannt, was es schwierig macht, eine geeignete Umgebung für sie außerhalb ihres natürlichen Lebensraums zu schaffen. Nummer 18 Diese vom Aussterben bedrohte Primatenart, auch bekannt als Tonkin-Stumpfnasenaffe, kommt im Norden Vietnams vor. Sie leben in subtropischen, immergrünen Wäldern in einer Höhe von 200 bis 1200 Metern und sind hauptsächlich in einem bestimmten Wald zu finden, in dem mehr als 80% der weltweiten Population dieser Affenart leben. Er ist ein mittelgroßer Primat mit einem unverwechselbaren Aussehen, mit schwarzem Fell auf dem Rücken und auffallend weißem Fell am Bauch und im Gesicht. Das Gesicht selbst ist dunkelgrün mit auffälligen, ziegelroten Lippen. Sie bewegen sich in kleinen Gruppen durch den Wald, die meist aus einem erwachsenen Männchen, mehreren Weibchen und deren Nachwuchs bestehen. Diese Affen kommunizieren miteinander durch ein System von Lauten, darunter ein charakteristisches Schluckauf-Geräusch, das für die tägliche Kommunikation und als Alarmruf verwendet wird. Ihre Population wird auf weniger als 200 Individuen geschätzt, wodurch sie stark vom Aussterben bedroht sind. In Gefangenschaft wirst du sie nicht antreffen, denn sie sind eine extrem seltene und bedrohte Art mit einem sehr kleinen und begrenzten Lebensraum in den Bergen Nordvietnams. Ihre spezielle Ernährung und Sozialstruktur machen es schwierig, ihr Wohlergehen in Gefangenschaft zu gewährleisten. Außerdem gibt es ethische Bedenken wegen des Stresses und der Krankheiten, die auftreten können, wenn diese Affen außerhalb ihrer natürlichen Umgebung gefangen und gehalten werden. Nummer 17 Der gebänderte Linsang ist ein fleischfressendes Säugetier, das in der Sundaland-Region Südostasiens beheimatet ist, einschließlich Westmalaysia, Sumatra, Borneo, Westjava und Thailand. Es ist ein schlankes Tier mit einem dünnen Kopf, das eine Körperlänge von etwa 40 cm und eine Schwanzlänge von 34 cm hat. Dieses asiatische Raubtier hat ein hellgelbes Fell mit fünf dunklen Bändern auf dem Körper und sein Schwanz ist mit mehreren dunklen Bändern versehen, die in einer dunklen Spitze enden. In ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet leben sie in tropischen Wäldern und verbringen die meiste Zeit in Bäumen. Gebänderte Linsangs sind selten, nachtaktiv und schwer zu fangen, da sie sehr scheu sind. Außerdem gibt es nur wenige Forschungsergebnisse und Daten über ihre Bedürfnisse in Gefangenschaft, was es schwierig macht, eine geeignete Umgebung für sie in einem Zoo zu schaffen. In freier Wildbahn sind sie meist Einzelgänger, die allein leben und sich nur zur Paarung und Fortpflanzung treffen. Sie nutzen ihre einziehbaren Krallen und scharfen Zähne zur Selbstverteidigung und zur Jagd auf kleine Wirbeltiere wie Nagetiere, Vögel und kleine Reptilien. Nummer 16 Der Indus-Delfin, auch bekannt als Bulan, ist einer der am stärksten gefährdeten Meeressäuger der Welt. Er kommt im Flusssystem des Indus vor, hauptsächlich in Pakistan, mit einer Restpopulation im Beersfluss. Diese Delfine bevorzugen Süßwasserlebensräume mit einer Wassertiefe von über einem Meter und es gibt derzeit noch etwa 2000 Exemplare dieser Art. Die Population des Indus-Fluss-Delfins ist aufgrund von Faktoren wie Wasserverschmutzung, Wilderei, Zerstückelung des Lebensraums durch Dämme und in Bewässerungskanälen gestrandeten Delfinen stetig zurückgegangen. Wegen ihrer hochspezialisierten Lebensraumansprüche, die sich in Gefangenschaft nur schwer nachbilden lassen, werden sie nicht in Zoos gehalten. Außerdem sind diese Delfine auf eine bestimmte Ernährung angewiesen und haben einzigartige Verhaltensweisen, sodass ihre Pflege und ihr Wohlergehen außerhalb ihrer natürlichen Flussumgebung schwierig zu handhaben sind. Eines ihrer einzigartigen Merkmale ist die charakteristische Melone auf ihrem Kopf und die abgerundete Stirn, die ihnen hilft, Geräusche in ihrer Umgebung wahrzunehmen. Ihre Augen sind so klein, dass Wissenschaftler glauben, dass sie blind sind und nur Lichtstärken und Richtungen wahrnehmen können. Nummer 15 Erinnerst du dich an die Szene aus dem zweiten Hunger Games Film, in der sie von Affen angegriffen werden? Stell dir vor, du siehst das Gesicht eines roten Uacari, der von den Bäumen auf dich zuspringt. Diese Primatenart kommt im Amazonas-Regenwald in Südamerika vor. Er hat ein auffallend leuchtend rotes Gesicht, das unbehaart ist und keine Hautpigmentierung aufweist, während der Rest seines Körpers mit schwarzem oder rötlich-braunem Fell bedeckt ist und einen kurzen Schwanz hat. Man nimmt an, dass die rote Farbe des Gesichts auf das Fehlen von Hautpigmenten und das Vorhandensein von Blutkapillaren unter dem Gesichtsgewebe zurückzuführen ist. Du findest diese Art in überschwemmten Wäldern entlang des oberen Amazonas und seiner Nebenflüsse im Osten Perus und Westen Brasiliens. Der Grund, warum du sie nicht in Zoos findest, ist, dass sie spezielle Ernährungsbedürfnisse und ein komplexes Sozialverhalten haben, das nur schwer zu reproduzieren ist. Außerdem reagieren sie sehr empfindlich auf Veränderungen in ihrer Umgebung, was es schwierig macht, ihren natürlichen Lebensraum in Gefangenschaft nachzubilden. In freier Wildbahn leben sie in Gruppen von etwa 15 Tieren, es wurden aber auch schon größere Gruppen von bis zu 100 Tieren beobachtet. Sie sind akrobatisch und wendig und bewegen sich leicht durch die Bäume. Die Weibchen wählen ihre Partner anhand der Rötung des Gesichts des Männchens aus, die vermutlich auf dessen Gesundheit schließen lässt. Nummer 14 Der Sumatra-Grund Kuckuck ist ausschließlich auf der Insel Sumatra in Indonesien zu finden. Er bewohnt submontane und montane Wälder entlang des südlichen Barisan-Gebirges in Höhenlagen zwischen 300 und 1400 Metern. Dieser relativ große Vogel, der etwa einen halben Meter lang ist, hat ein grünes Gefieder, einen schwarzen Scheitel, einen grünen Schnabel und eine auffällige blaue Gesichtszeichnung. Die Art wird auf der roten Liste der IUCN als vom Aussterben bedroht eingestuft und man geht davon aus, dass ihre Population extrem klein und rückläufig ist. Er ist unglaublich selten und schwer zu beobachten, geschweige denn für Zoos zu fangen. Dieser Vogel hat besondere Anforderungen an seinen Lebensraum, die sich in Gefangenschaft nur schwer nachbilden lassen, sodass seine Erhaltung in solchen Einrichtungen fast unmöglich ist. In freier Wildbahn stellt die Abholzung der Wälder, insbesondere durch die Ausweitung der Landwirtschaft, die größte Bedrohung für sein Überleben dar. Aufgrund seiner Seltenheit ist nur wenig über das Verhalten und die Ökologie des Vogels bekannt, außer dass er auf Waldböden lebt und sich wahrscheinlich von wirbellosen und kleinen Säugetieren ernährt. Der Sumatra-Grundkuckuck wurde erstmals 1879 der westlichen Wissenschaft vorgestellt und blieb weitgehend unbeachtet, bis er 1997 von Anja Raffiastanto wiederentdeckt und fotografiert wurde. Nummer 13 Der erste Megamouth-Hai wurde am 15. November 1976 vor der Küste von Hawaii entdeckt, als er sich im Anker eines Schiffes der US-Marine verhedderte und als neue Art von Filtriererhaien identifiziert wurde. Er ist für sein bemerkenswert großes, rundes Maul bekannt, von dem er seinen Namen hat, und ist neben dem Walhai und dem Riesenhai die kleinste der 30 filternden Hai-Arten. Megamouth-Haie können bis zu 1200 Kilogramm wiegen und bis zu 5,2 Meter lang werden, wobei die Weibchen in der Regel größer sind als die Männchen. Sie sind weltweit in tropischen und gemäßigten Gewässern zu finden. Dieser Hai wird wegen seiner Seltenheit und der Schwierigkeit, ihn zu fangen, nicht in Zoos gehalten. Er bewohnt bestimmte Lebensräume und hat spezielle Ernährungsbedürfnisse, die sich in einer künstlichen Umgebung nur schwer nachbilden lassen, sodass eine Haltung in Gefangenschaft unpraktisch ist. Großmaulhaie sind Filterfresser, das heißt, sie schwimmen ständig mit weit geöffnetem Maul, um Krill-, Quallen- und planktonähnliche Beute herauszufiltern. Ihre Fortpflanzungsgewohnheiten sind nicht genau bekannt, aber man nimmt an, dass sie Aplacenta vivipar sind. Das heißt, dass sich die Embryonen im Muttertier entwickeln. Nummer 12 Der Sahara-Gepard, auch als nordwestafrikanischer Gepard bekannt, ist eine Unterart, die in der Sahara- und der Sahelzone Afrikas beheimatet ist. Sein Fell ist kürzer und fast weiß, mit Flecken, die von schwarz auf dem Rücken zu hellbraun an den Beinen übergehen. Der Sahara-Gepard wird nicht in Zoos gehalten, da er vom Aussterben bedroht ist und in seinem natürlichen Lebensraum besondere harte Bedingungen herrschen. Diese Unterart ist sehr scheu und an die extremen Temperaturen und begrenzten Ressourcen der Sahara angepasst, was es schwierig macht, in Gefangenschaft die richtige Umgebung und Ernährung zu bieten. Er ist kleiner als andere Gepardenunterarten und erreicht eine Länge von etwa 1 bis 1,5 Metern. Der Sahara-Gepard ist an die Wüste angepasst und gut ausgerüstet, um in der kargen Vegetation zu jagen, wobei er sich auf seine außergewöhnliche Schnelligkeit und Tarnung verlässt. Er ernährt sich hauptsächlich von kleinen bis mittelgroßen Huftieren wie Gazelle. Im Jahr 2008 wurde seine Population auf weniger als 250 erwachsene Tiere geschätzt. Nummer 11 Der 1996 entdeckte Araripe Manakin wurde nach dem brasilianischen Zoologen und Naturfilmer Werner Bokermann benannt, der 1995 verstarb. Dieser Singvogel ist aufgrund seiner helmartigen Krone auch als kleiner Soldat von Araripe bekannt. Er ist ein auffälliger Vogel mit überwiegend weißem Gefieder und einem roten Fleck, der bei den Männchen vom Kopf zum Rücken verläuft. Weibchen und Jungvögel hingegen sind hauptsächlich olivgrün mit hellgrünen Oberteilen. Aufgrund seiner besonderen Lebensraumansprüche und seiner Verletzlichkeit in Gefangenschaft wirst du den Araripe Manakin nicht in Zoos finden. Dieser seltene Vogel lebt ausschließlich in einem kleinen Gebiet Brasiliens mit einzigartigen klimatischen Bedingungen, was seine Haltung in Gefangenschaft schwierig macht. Er ernährt sich sowohl von pflanzlichen als auch von tierischen Stoffen, wobei 80% seiner Nahrung von der Pflanze Clidemia biserata stammt. Obwohl seine Hauptnahrung aus Früchten besteht, ernährt er sich auch von Gliederfüßern. Er gedeiht in bewaldeten Gebieten in der Nähe von Wasser, vor allem in der Nähe von Waldquellen und Bächen am Fuße der Hochebene. Sein verbleibender Lebensraum wird auf nur etwa 2800 Hektar geschätzt und sein Bestand wird auf nur etwa 800 Individuen geschätzt. Nummer 10 Die Hirola, auch bekannt als Hunters Hartebeest, ist eine vom Aussterben bedrohte Antilopenart, die an der Grenze zwischen Kenia und Somalia lebt. Sie ist das einzige überlebende Mitglied der Gattung Beatragus, während andere Arten nur aus Fossilien bekannt sind. Die Hirola wurde erstmals 1888 von dem Zoologen HCV Hunter beschrieben. Dieses Tier hat ein einzigartiges Aussehen mit rötlich-braunem Fell, einem weißen Bauch und charakteristischen weißen Längsstreifen an den Seiten. Außerdem hat es große präorbitale Drüsen unter den Augen, die den Eindruck von vier Augen erwecken, mit denen es sein Revier markiert und leicht zu erkennen ist. Die weltweite Population des Hirola wird auf 300 bis 500 Tiere geschätzt, von denen keines in Gefangenschaft lebt. Er wird nicht in Zoos gehalten, da er sehr anfällig für Krankheiten und Stress ist, was es schwierig macht, ihn gesund zu halten. Außerdem haben sie besondere soziale Strukturen und territoriale Verhaltensweisen, die sich auf engem Raum nur schwer nachahmen lassen. In freier Wildbahn bewohnen sie kurzrasige, saisonal trockene Graslandschaften und Waldsavannen-Mosaik-Lebensräume. Im Laufe der Jahre ist ihre Population aufgrund von Faktoren wie Konkurrenz durch Nutztiere, Dürre und Wilderei stark zurückgegangen. Nummer 9 Wusstest du, dass Wissenschaftler im Jahr 2003 eine neue Walart entdeckt haben? Der Omura-Wal ist eine kleine Bartenwalart, die zwischen 9,5 und 11,5 Metern lang ist, wobei die Weibchen etwas größer sind als die Männchen. Ihre Rückenflosse ist nicht genau bekannt, aber man nimmt an, dass sie hoch- und sichelförmig ist und abrupt aus dem Wasser ragt. Sie kommen im Indopazifik und im Atlantik vor und sind Fleischfresser, die sich hauptsächlich von Fischschwärmen ernähren. Man hat beobachtet, dass sie sich von Krill ernähren und auch Krebstiere und Fische fressen, aber sonst ist wenig über ihr Verhalten bekannt. Du wirst sie nicht in Zoos oder Aquarien antreffen, denn sie brauchen einen riesigen Lebensraum, der in Gefangenschaft unmöglich nachgebildet werden kann. Außerdem haben sie eine spezielle Ernährung und reagieren sehr empfindlich auf Stress, der ihre Gesundheit in Gefangenschaft stark beeinträchtigen würde. In freier Wildbahn sind sie normalerweise allein oder paarweise unterwegs, aber es wurden auch schon lose Ansammlungen von bis zu einem Dutzend Walen beobachtet. Sie kommunizieren mit amplitudenmodulierten Gesängen, die im Durchschnitt neun Sekunden lang sind, gefolgt von einem viersekündigen Ton. Diese Gesänge werden alle zwei bis drei Minuten wiederholt, manchmal bis zu 13 Stunden lang. Nummer 8 Das Pygman 13-Faultier ist eine einzigartige und vom Aussterben bedrohte Faultierart, die nur auf der Insel Escudo de Veraguas vor der Karibikküste Panamas vorkommt. Mit einer Körperlänge von 45 bis 55 cm und einem Gewicht von 2,5 bis 3,5 kg ist diese Art deutlich kleiner als andere Vertreter ihrer Gattung. Er hat einen relativ kleinen und schlanken Schädel, große äußere Ohrkanäle und andere charakteristische morphologische Merkmale. In freier Wildbahn findet man ihn vor allem in den roten Mangrovenwäldern, die die Insel umgeben. Seine Population wird als stark bedroht eingestuft und geht vermutlich rapide zurück, da sein Lebensraum immer kleiner wird. Der Grund, warum du sie nicht in Zoos findest, ist, dass sie sehr empfindlich auf Umweltveränderungen reagieren, was es schwierig und ethisch fragwürdig macht, sie in Gefangenschaft zu halten. Nummer 7 Diese Unterart des Braunbären kommt ausschließlich in der Wüste Gobi in der Mongolei vor. Die IUCN und das mongolische Rote Buch der gefährdeten Arten stufen ihn als kritisch gefährdet ein. Die Population des Gobi-Bären ist auf etwa 23.600 Quadratkilometer in Gebieten nahe von Wasserquellen beschränkt und ist auf spärliche Wasserquellen wie kleine Bäche in der Wüste angewiesen. Nur 8% ihrer Nahrung besteht aus tierischem Eiweiß und sie ernähren sich hauptsächlich von Wurzeln, Bären und anderen Pflanzen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie große Säugetiere jagen, was sie zu den zweitfreundlichsten Bären machen würde, wenn man sie in eine Rangliste aufnehmen würde. Der Gobi-Bär wird nicht in Zoos gehalten, da er extrem selten und vom Aussterben bedroht ist. In freier Wildbahn gibt es schätzungsweise weniger als 40 Exemplare. Außerdem sind diese Bären so sehr an die extremen Bedingungen in der Wüste Gobi angepasst, dass es fast unmöglich ist, eine geeignete künstliche Umgebung für sie in Gefangenschaft zu schaffen. Sie sind die einzigen Bären, die sich so entwickelt und angepasst haben, dass sie im extrem heißen Wüstenklima leben können. Nummer 6 Der Langschnabeligel ist ein einzigartiges Säugetier, das zur Gruppe der Monotreme gehört, zu denen auch das Schnabeltier gehört. Damit unterscheidet er sich bereits von den meisten anderen Säugetieren. Diese mittelgroßen Tiere sind mit grobem Haar und Stacheln aus Keratin bedeckt. Sie haben kurze, kräftige Gliedmaßen mit großen Krallen, die sie zu starken Wühlern machen. Du wirst diese Tiere nicht in Zoos finden, da sie besondere Ernährungsbedürfnisse haben, die in Gefangenschaft nur schwer nachgestellt werden können. Außerdem reagieren sie sehr empfindlich auf Stress und Umweltveränderungen, was ihre Überlebenschancen außerhalb ihres natürlichen Lebensraums deutlich verringert. Ihr Fell ist in der Regel mittel- bis dunkelbraun und sie kommen ausschließlich auf der Insel Neuginea vor. Hier bewohnen sie verschiedene Lebensräume, darunter Hochlandwälder, alpine Wiesen und feuchte Bergwälder. Sie ernähren sich von der Laubstreu auf dem Waldboden und benutzen ihre langen, klebrigen Zungen, um Insekten und Regenwürmer zu fangen. Diese Tiere sind für ihre Einzelgänger bekannt und haben lange nach hinten gerichtete Krallen, mit denen sie auf der Suche nach Nahrung hervorragend graben können. Nummer 5 Der goldene Riesenfuchs ist eine faszinierende Fledermausart, die nur auf den Philippinen vorkommt. Sie ist bekannt für ihre beeindruckende Größe. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 1,7 Metern ist sie eine der größten Fledermausarten der Welt. Sie hat eine goldbraune Krone auf dem Kopf, die ihr den Namen gibt und ihr Körper ist mit einem dunkelbraunen Fell bedeckt. Diese Fledermäuse kommen ausschließlich auf den Philippinen vor, wo sie in Tieflandwäldern fernab menschlicher Aktivitäten leben. Du wirst sie nicht in Zoos finden, denn sie brauchen große, offene Flächen zum Fliegen und ihre spezielle Ernährung aus Früchten, Nektar und Blumen ist in Gefangenschaft schwierig zu handhaben. In freier Wildbahn nisten sie oft in Bäumen, in gemischten Kolonien mit anderen Fledermausarten. Durch den Verzehr von Früchten, einschließlich Feigen und anderen regionalen Früchten, spielen sie eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Samen und der Regeneration von Wäldern. Über ihre Fortpflanzung ist nur wenig bekannt, aber man nimmt an, dass sie zwei Brutzeiten pro Jahr haben und die Weibchen in der Regel zwischen April und Juni ein Junges zur Welt bringen. Leider werden sie aufgrund von Abholzung, Lebensraumverlust und Wilderei als bedrohte Art eingestuft. Nummer 4 Die Yangtze Riesenweichschildkröte ist eine der größten Süßwasserschildkröten der Welt. Trotz ihrer unglaublich kleinen Restpopulation geht man davon aus, dass sie sogar größer ist als andere große Süßwasserschildkröten wie die Schnappschildkröten. Die durchschnittliche Länge dieser Schildkröte beträgt über 100 Zentimeter und sie kann zwischen 70 und 100 Kilogramm wiegen. Früher war diese Schildkröte im Becken des Roten Flusses in China, am unteren Yangtze und in Nordvietnam beheimatet. Durch den Verlust von Lebensraum und das Aufstauen von Flüssen hat sich ihr Verbreitungsgebiet jedoch erheblich verkleinert. Derzeit gibt es weltweit nur noch zwei bestätigte Exemplare dieser Art. Diese Schildkröten werden nicht in Zoos gehalten, da sie vom Aussterben bedroht sind und besondere Bedingungen benötigen, wie Zamsbe große, saubere Gewässer und geeignete Plätze zum Sonnen und Nisten. Zu den Hauptbedrohungen für ihr Überleben in freier Wildbahn gehören der Verlust ihres Lebensraums, die Jagd zum Verzehr, die Umweltverschmutzung und die Verwendung ihrer Panzer und Knochen in der Alternativmedizin. Der Bau von Staudämmen wie dem Madushan-Wasserkraftwerk hat ebenfalls zum Rückgang der Population beigetragen. Das letzte bekannte Weibchen dieser Art starb im April 2023, sodass nur noch zwei Männchen die letzten bekannten überlebenden Mitglieder dieser Art sind. Es besteht jedoch immer noch die Hoffnung, dass einige wenige Exemplare in Seen und Flüssen in Vietnam oder Laos leben, wo sie noch nicht entdeckt worden sind. Nummer 3 Die Neuginea Harpie ist ein großer Raubvogel mit einer Länge von etwa 75 cm, einem graubraunen Gefieder, einem langen Schwanz und einem kurzen aber vollen Kamm. Diese Adler leben in Bergwäldern in Höhen von bis zu 3700 Metern über dem Meeresspiegel und sind auf der Insel Neuginea beheimatet, zu der auch Teile von Papua Neuginea und Indonesien gehören. Im Gegensatz zu den meisten Adlern sind sie halbnächtlich. Sie sind als starke Jäger bekannt und erbeuten eine Vielzahl von Säugetieren und Vögeln, darunter Cuscus, Baumkängurus, Opossums, Ratten, Tauben, Tauben, Nashornvögel und viele mehr. Der Grund, warum du sie nicht in Zoos findest, ist das begrenzte Wissen über ihre Gewohnheiten. Außerdem benötigen sie ganz besondere Lebensbedingungen, wie Zonsby große Flächen unberührten Regenwaldes, die in Gefangenschaft nur schwer nachgebildet werden können. Ihre Seltenheit macht es auch schwierig, eine gesunde Population in Gefangenschaft für Bildungs- und Schutzzwecke zu erhalten. Nummer 2 Der Wakita, auch bekannt als Schweinswal im Golf von Kalifornien, ist ein Kleinwal und der am stärksten bedrohte Meeressäuger der Welt. Wakitas sind die kleinsten Wale der Welt. Sie sind etwa eineinhalb Meter lang und wiegen bis zu 55 Kilogramm. Sie kommen ausschließlich im nördlichen Teil des Golfs von Kalifornien, Mexiko, in einem Gebiet von etwa 4000 Quadratkilometern vor. Die Wakita-Population ist in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen. Im Jahr 2018 gab es schätzungsweise weniger als 19 Wakitas in freier Wildbahn. Die größte Bedrohung für ihr Überleben ist das versehentliche Verfangen in Kiemennetzen, die für den illegalen Fang des Totoaba-Fisches verwendet werden. Es wurden verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Wakitas ergriffen, aber ihre scheue Natur macht es schwierig, sie zu studieren und zu beobachten. Aufgrund ihrer extrem geringen Population und ihrer Empfindlichkeit gegenüber Stress werden sie nicht in Zoos gehalten. Auch ihre Lebensbedingungen und Bedürfnisse lassen sich in Gefangenschaft nur schwer nachbilden, daher konzentrieren sich die Bemühungen auf den Schutz ihres natürlichen Lebensraums. Nummer 1 Die Zibet-Katze ist eine katzenähnliche Kreatur, die auf der Insel Borneo beheimatet ist. Er wiegt schätzungsweise eineinhalb Kilogramm, hat 40 Zähne und gilt als eines der am wenigsten verstandenen Tiere der Welt. Auf der roten Liste der IUCN wird er aufgrund des anhaltenden Bestandsrückgangs und der Zerstörung seines Lebensraums als gefährdet eingestuft. Über seine Ernährung ist wenig bekannt, aber man nimmt an, dass er sich von kleinen Fischen, Garnelen, Krebsen, Fröschen und Insekten ernährt, die er in moosbedeckten Felsen und Bächen findet. Das einzige Exemplar, das jemals in Gefangenschaft gehalten wurde, fraß jedoch nur Fleisch und Fisch, nicht aber Früchte, die die bevorzugte Nahrung anderer Arten auf Borneo sind. Sein scheues Wesen und seine spezielle Ernährung machen es schwierig, diese Art in Gefangenschaft zu halten und erfolgreich zu züchten. Welches ist dein Lieblingstier im Zoo und welches Tier würdest du gerne in einem Zoo sehen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos von uns sehen willst, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder sieh dir unseren Kanal an. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal!